Hallo und ein frohes neues Jahr an alle hier. Hat dein neues Jahr etwas weniger fröhlich damit angefangen, dass du Lebensmittelmotten in deiner Küche entdeckt hast? Lebensmittelmotten können in jedem Haushalt vorkommen und sind auch nicht zwingend ein Zeichen mangelnder Hygiene. Häufig werden sie ganz einfach über den Einkauf mit ins Haus getragen. Zum Beispiel in mit Eiern oder Larven befallenen Lebensmitteln oder Verpackungen. Leider gibt es dann gleich drei schlechte Nachrichten für dich. Erstens, Lebensmittelmotten breiten sich sehr schnell aus. Zweitens, sie sind nur schlecht zu vertreiben. Und drittens, ihre Hinterlassenschaften können zu gesundheitlichen Problemen führen. Die Lebensmittelmotten gelten zwar nicht als Krankheitsüberträger, wie Nagetiere oder Schaben, können aber trotzdem deiner Gesundheit schaden, da sie Pilze oder Milben in die Lebensmittel einschleppen können und die Lebensmittel durch ihre Spinnentätigkeit und ihren Kot verunreinigen. Der Verzehr befallener Produkte kann zu Allergien, Hauterkrankungen oder Magen-Darm-Krankheit führen. Naja, und eklig sind sie nebenbei halt auch noch. Du fragst dich, wie du Lebensmittelmotten erkennst? Je nach Art werden die Motten bis zu 25 Millimeter groß. Du erkennst sie an ihren braun- bzw. schwarz- und weiß-gemusterten Flügeln, besonders wenn sie an einer hellen Wand sitzen. Und dort wirst du sie auch mit größerer Wahrscheinlichkeit finden, denn die Tiere sind nämlich nachtaktiv und ruhen sich tagsüber gern an Wänden aus. Die Larven sind dagegen tagaktiv und spinnen weißes Gespinst, das zu Verklumpungen in Getreidemühlen, aber auch in deinen Mehl- und Getreidevorräten führen kann. Stellst du also fest, dass dein Mehl nicht mehr so fluffig ist wie sonst, schau lieber nochmal genauer hin. Neben Mehl können auch Getreide, Reis, Müsli, Haferflocken, Nüsse, Mandeln, Kakao, Gewürze, Schokolade und sogar das Trockenfutter für dein Haustier befallen sein. Wenn du noch nicht ganz sicher bist, ob deine Küche oder dein Vorrat von Motten befallen ist, kannst du eine Pheromon-Kleebefalle einsetzen. Durch die Pheromone werden paarungsbereite Mottenmännchen angelockt. Die Fallen reichen zwar nicht aus, um einen Befall effektiv zu bekämpfen, können ihn aber nachweisen und die Fortpflanzung etwas einschränken, da das Pheromon ja den Paarungsprozess dann der Motten stört. Jetzt wollen wir aber effektiv gegen die Lebensmittelmotten vorgehen. Wie sollten wir das tun? Schritt 1, fang erstmal damit an, die betroffenen Lebensmittel zu entsorgen. Aber Vorsicht, wirf sie nicht einfach so in den Müll, sondern entsorge sie luftig verpackt und am besten in einer Mülltonne, die nicht direkt neben dem Haus steht. So haben die Schädlinge keine Chance, direkt wieder ins Haus zu gelangen. Neue Vorräte solltest du in festen Behältern, zum Beispiel aus Glas, Kunststoff oder Keramik aufbewahren. Schritt 2, sauge deine Küchenschränke oder deinen Vorratsraum ordentlich aus und auch versteckte Ritzen, in denen sich die Larven verstecken können. Wische die Schränke danach mit Essigwasser aus. Leider können sich die Larven auch trotzdem noch in Ritzen und Ecken verstecken, an die du mit Staubsauger und Essigwasser trotzdem nicht rankommst. Zum Glück haben wir dafür die Superwaffe, Schlupfwespen. Das sind Nützlinge, die den Schädlingen den Garaus machen. Vielleicht denkst du jetzt, ich habe Motten im Haus und soll mir jetzt noch mehr Viecher ins Haus holen. Ja, das klingt tatsächlich komisch, ist aber trotzdem eine gute Idee. Schlupfwespen haben nämlich wenig mit den schwarz-gelben Insekten gemeinsam, die dir im Sommer gerne mal dein Stück Obstkuchen wegessen möchten. Schlupfwespen sind viel, viel kleiner und auch für uns Menschen harmlos. Die Schlupfwespen fliegen auch nicht, sondern bewegen sich lieber krabbeln fort. Sie sind winzig klein, also circa 0,3 Millimeter. Also so klein, dass man sie mit bloßem Auge kaum sehen kann. Wie diese Tiere gegen Motten helfen können? Ganz einfach. Sie nutzen die Eier der Motten als Ablageort für ihre eigenen Eier. So werden die Motteneier abgetötet und sobald keine mehr vorhanden sind, können sie sich auch nicht mehr weiter vermehren und verschwinden. Das trifft so nach 8 bis 10 Tagen zu. Um die Eier der Lebensmittelmotten in allen Stadien zu erwischen, musst du die Behandlung dreimal im Abstand von drei Wochen durchführen. Wenn du die Schlupfwespen bei uns im Shop bestellst, dann musst du dir nach der Erstbestellung um nichts mehr Sorgen machen. Wir schicken dir automatisch die weiteren Teillieferungen pünktlich zu. Die Schlupfwespen werden auf solchen kleinen Kärtchen geliefert, in denen sich die Puppen befinden. Diese verteilt man dann in den betroffenen Schränken, wo man sie so aufhängt oder legt, dass sie Kontakt zum Schrank haben. Denn sie fliegen ja nicht so gerne. Die Vorteile der Schlupfwespen? Sie kommen auch an unzugängliche Stellen ran. Und sie bekämpfen die Motten komplett biologisch und ohne Gift. Damit ist ihr Einsatz dann natürlich unbedenklich für den kompletten Haushalt. Bist du neugierig geworden und möchtest die Nützlinge ausprobieren? Die Schlupfwespen und auch die Pheromonfalle findest du in unserem Shop unter futura-shop.de. Ansonsten wünsche ich euch schönes Bekämpfen eurer Motten im Schrank und man sieht sich im nächsten Video. Ciao! Bist du neugierig geworden?